Das Wiener Donauinselfest findet heuer zum 32. Mal statt. Europas größtes Open-Air-Festival lockt jährlich tausende Besucher an. Das Erfolgsrezept, tolle Location, Hammer-Life-Facts und ein ausgiebiges Freizeitangebot. Das Ganze bei freiem Eintritt. Wir sehen uns heute am Festivalgelände um und fragen nach, was man unbedingt erlebt haben muss. Was muss man hier am Donauinselfest unbedingt erlebt haben? Tagalofan. Tagalofan? Macht es wer von euch mit mir? Ja, klar. Ihr beide? Perfekt. Man muss einfach alles erleben. Das Donauinselfest ist einfach ein Wahnsinn. Und jetzt gehen wir hupfen? Ja, du kommst mit hupfen. Also ich geh mit hupfen? Ja, jetzt gehen wir alle hupfen, ok? Ok, machen wir. Passt? Ja, passt. Na ja, mit ihm kann ich nicht ganz mithalten, aber zumindest genauso viel Version war dabei. Was wird denn hier produziert? Die beste Pizza der Welt. Beste Pizza der Welt? Ja, natürlich wollen wir probieren. Ja, sicher. Ist die heiß? Natürlich. Ich darf. Darf ich sie da herstellen? Ja, das ist nichts. Bis denn. Dann habe ich dich. Angefühl. Auf, 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 auf. Bist du auch gut hier? Vor kurz. Dreimal so geraten, der Beste geht. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber ich war ja auch nicht so flogen bei euch. Ja, okay. Was muss ich bei dir machen? Für mich geht es darum, den Reifen, wahrscheinlich den kleinen, weil er der leichteste ist, die meisten nehmen den, mit gestrecktem Arm halten, im Idealfall eine Minute. Das ist das, was Männer können müssen. Bei Frauen haben wir eine kleine Sonderregelung. Da muss man es mit beiden Armen noch vorgestreckt 30 Sekunden halten. Okay. Machen wir. Was würdest du mir denn hier empfehlen? Magic Dance. Komm, es startet schon. Es startet schon, okay? Was gehört zum Donauinselfest dazu? Du. Okay. Liebe Frau Schwarz, ich freue mich. Ich habe gedacht, was ist jetzt mit meinem Heiratsantrag? Der kommt, den wird später. Also. Also. Liebe Frau Schwarz, möchtest du meine Frau werden? Wir kennen uns doch noch gar nicht. Dann werden wir uns kennenlernen. Ist es für euch üblich zuerst zu heiraten und sich dann lieben zu lernen? Es gibt Liebe auf den ersten Blick bei uns. Was muss man am Donauinselfest unbedingt tun? Ein Temptu machen lassen. Was ist das? Das ist ein Tattoo, was man sich irgendwo machen lässt. Zeig uns das! Du. Dankeschön. Ich könnte schon das dich nicht machen lassen. Ich habe ihn mitiner Art zu ii und habe einen Außen rieи. Und jetzt Dögerlich! Wenn du das nicht bei uns muss, wirst du dich mittendrot encontramos. Ich habe seine gurbel cleanserinnacht. Großartig. Liveart. Riesig. Viele Menschen. Super geiles Fest. Toll! Spaß. Musik. Geil. Geiler. Am geilsten. Was muss man am Donauinselfest unbedingt machen? Ganz einfach. Wir machen eins, okay? Das muss man am Donauinselfest unbedingt machen. Der fährt doch mal tanzen. Das zeigt es mal. Das gibt in der Übersetzungen in der Säge. Das ist ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020